Wenn du den Winkel dann da endlich Triple Jump machen kannst, auf der Bande. Du musst ja verdammt viel fucking Inputs im gleichen Frame machen, deswegen ist er über Trim zack. Okay, jetzt habe ich es auch schon geschafft. Das schaut gerade auf über Trim stylisch aus. Du kannst aber so mit deinem Skill da bisschen flexen, was ich natürlich fühle. Ich werde gerne mit meinem komischen Odyssey Skill flexen. Okay, ich flex mich nicht gerne mit meinem komischen Odyssey Skill. Passt schon? Ganz ruhig, ganz ruhig, ich habe nichts gesagt.